ja meine Freunde und damit sagen wir hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sula hier auf meinem Kanal flasmoTV und ja wie auch in der letzten Folge gehen wir wieder auf den Server 4 und gucken mal ob da was drauf ist. Da ging nicht drauf, da war ich gerade drauf, da war Rage Modus, also das ist glaube ich nicht so gut. Schneeballschlacht, neu, Poeto, ne, Vado. What the fuck, warum wird er da hin? Egal. Raufjoineln. Also wie gesagt, ich sage gleich von Anfang an, ich bin kein König in dem Spiel. Das hat sich während des anderen Males, wo ich die Folge aufgenommen habe, die erste Folge hat sich das nicht geändert. Ist aber nicht schlimm, weil ich mache ja für mich, ne. Keiner ist ein King, es ist noch nie Meister von Höhen gefallen. Ich kenne dieses Spiel noch nicht. Ich habe es, wie gesagt, ich spiele jetzt erst zum zweiten Mal, da ich das Spiel nur spielen werde, wenn ich Folgen aufnehmen, weil ich Bock drauf habe. Weil ich habe gemerkt, wenn ich Folgen aufnehmen, weil ich keinen Bock habe, dann ist das wie, als würdest du schlafen, obwohl du wach bist. Lol. Ist das wie mit Schneebälle, oder wie? Aber hier ist... Lol. Hier sind wir mit... Oh, lol. Goll. Au. Lol. Okay. Ja, gut. Okay. Kann man mal machen. Schneeballschlacht mit Bomben. Oh, ah. Au. Ja. Ja, ich habe einen Kill. Ist das geil. Er macht über Spaß. Äh, ist das geil. Ja, gut. Ja, gut. Lol. Ja, genau. Kann man mal machen. Och, Mann. Mann, bleibt doch stehen, oder was? Ah, wer hat's davon? Na? 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 Ich wüsste wohl nicht etwa. Spinn zu, oder was? Was ist dir denn? Ich schmeiße mit Schneeball. Ich schmeiße mit Schneeball. Ich schmeiße mit Schneeball an den... Double Kill. Ja, genau. Schneeballschlacht. Wie geil ist das, Alter. Ohne Witz. Macht richtig Bock. Ja, einfach Zwischenfeuer. Na, einfach. Ja, gönn die. Au. Okay. Au. Kann man mal machen. Jo, macht Spaß auf jeden Fall, ne? Anonymus? Lol. Lol, ey, der muss... Ja. Juhu. Vorhalten. Vorhalten. Äh. Äh, komm her. Äh. Äh. Ehm hat das Bock. Äh. Äh. Man muss sich hier wirklich... Wieso hat der ne... Hä? Warum hat der ne Knarre? Habe ich die auch? Die will ich auch haben. Ja, bestimmt, wenn man sie hochgearbeitet hat. So weit ist er doch bestimmt, oder was? Boah. Wieso hat der ne Waffe? Ja, ne Rotze. Hat der sich hochgearbeitet? Das wäre wie. Das war schlecht. Stehen bleiben ist keine gute Idee. Ich glaube, in dem Spiel. Und auch davor weglaufen ist nicht. Ach, nee. Halt, stopp. Hier sind so ne... Hier sind so ne... Gehst du weg? Hier sind so ne Kisten. Die kann man sich aufsammeln. Und das versch... Ja, genau. Ein Triple Kill und dann bin ich tot. Okay, gut. Ach so, hier sind so ne... So ne, so ne, so ne, so ne. Na, sag doch. So ne... Kisten. Hier, zack. Dann hast du ne... Dings mit Granate bestimmt, oder sowas. Ach so, ist ja geil. Hast du davon. Jetzt hebst du meine Kisse auf. Oh, du Kuh. Ah! Ah! Lol, ey, du brauchst so ne überschnelle Maus. Ach, trotzdem hab ich die gekriegt, du Neger. Rötten, dün, 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 dün. Ey, ich würde ja vielleicht an deiner Stelle nicht stehen bleiben, aber... Butcher. Butcher. Geil. Vorhalten. Vorhalten, Arne. Vorhalten. Nicht? Okay. Ulla. Ach, komm. Gut, okay. Ganz so schlecht bin ich ja nicht. 13, 5, 8. Ah, ne. Kills, 13. Assassins... Ah, Assists. Ist klar. Lol, ey, ey. Schmeiß mir in die Schnür. Au. Au. Ja, das ist davon. Da oben. Double-kin. Double-kin, double-kin. Ah! Oh! Geil. Was ist davon? Der Kuh. Los. Na, ist egal. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben verloren, aber ist nicht schlimm. Ja, meine Freunde. Eine kurze, knackige Runde Sula. Schneeballschlacht. So nenne ich die Karte auch. Äh, die Karte. Die Folge. Heute das erste Video mit... Ähm... Oh. M6... Man, ja, ist doch gut. Box öffnen. Äh, dieses... Es ist das erste Video, welches mit Intro rauskommt. Also, wenn euch das Intro fällt, könnt ihr dafür schon mal ein Like da lassen. Und... Ja. Äh, das war's dann von der ersten Folge. Die war ein bisschen kürzer, war zwar nur 5 Minuten, aber ich werde... Pro Runde, denke ich mal, werde ich immer nur eine machen. Also... Ne? Eine Folge pro Runde, denke ich mal, sollte reichen. Auch wenn die Folgen dann ein bisschen kürzer werden. Auch wenn ich nur am Rage bin oder am Sterben oder mal richtig am Gewinn. Kann auch passieren, aber heyho. No risk no fun. Und... Damit sage ich... Ciao und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ich sage erstmal ciao und auf Wiedersehen. Tüdelü.